herzlich willkommen freunde anhand meines kleinen freundes hier und des titels könnt ihr wahrscheinlich schon erahnen dass es heute ein minecraft mario party video wird seit langem ich freue mich extrem ich hoffe ihr euch auch wer sind wir denn überhaupt okay okay eine 3 fängt schon mal ziemlich bescheiden an und nein mini survival games als ihr die letzten mario party videos gesehen habt könnt ihr euch denken warum ich mich nicht sehr freue ich hasse ihn vielleicht hänge ich auch noch eine runde hinten dran mal schauen gut oder schlechtes spiel unter 6 unglaublich also ich hätte wirklich mit allem gerechnet aber doch nicht mit einer 6 wettrennen okay was war das gleich noch mal okay konzentration okay die kurve habe ich verkackt kurz soviel zum thema konzentration ich sehe nix ich laufe einfach mal muss ich da lang ne 5 eigentlich so unverdient für meine leistung gerade es sieht momentan wirklich so aus als würde ich hier noch eine zweite runde hinten dran hängen weil ich spiel gerade wirklich nicht gut das dürftet ihr aber wahrscheinlich schon bemerkt haben ich bin so blöd ich bin so saublöd ich wollte gerade sagen ich muss hier aufpassen dass ich mich nicht selber unterschieß aber kaum ihr dürft ihr wirklich nicht übernehmen das ist schon wieder meine erste mario party runde seit langem ich finde die musik immer richtig geil als wäre man in china oder so ja gut irgendwie verdient ich bin platzierung 6 ok also ist noch nichts verloren minenfeld ok was hat es das war das mit den druckplatten glaube ich ja genau ach komm also wenn man das nicht regelmäßig spielt das ist wirklich so schwer oh mein gott platz 12 unglaublich aber trotzdem wieder eine 5 also mit würfeln läuft's heute der arme typ hat eine 1 jump and run ich denke falls ihr die letzten mario party folgen gesehen ab falls ich sie überhaupt noch hochgeladen habe ich glaube nicht also übrigt sich das auch jetzt kommen ich bin doch nicht so scheiße geht doch sind da let's go was ist gerade passiert platz 5 einfach direkt auf nächste runde drei tage später frauentausch hat das spiel gewonnen unglaublich wirst du was neue runde und zwar diesmal wirklich die letzte jetzt habe ich dann echt die schnauze voll hier frage ich jetzt nur soll ich einen anderen skin nehmen ich bleib mal bei luigi grün ist meine lieblingsfarbe vielleicht bringt mir das ja glück aber mir ist irgendwas ins auge geflogen jetzt trennt mein auge und jetzt brennt mein auge und ich sehe nichts mehr danke dafür aber ich nehme euch trotzdem alle auseinander auch wenn ich nur ein auge habe wie schafft man sowas schon wieder der hat einen tod körper und mario kopf ein letztes mal energie naja immerhin heiße kartoffel immerhin mal ein spiel das wir heute noch nicht hatten jetzt eigentlich nicht direkt am anfang die kartoffel habe ist alles in ordnung perfekt bitte ich habe auch eine und dieser köder sieht ein bisschen deformiert aus oder und noxy schatzi hat das spiel gewonnen und wir haben eine sechs ja wunderbar besser kann es ja nicht laufen wenn wir auch noch mal ein spiel gut abschließen würden dann wäre es natürlich noch besser und der gewinner vom letzten spiel steht sogar hier direkt vor mir hoch hinaus ok was war das denn nochmal ich sage ungefähr bei jedem spiel was war das denn nochmal ganz ruhig ein feld nach dem anderen und schon wieder verkackt unglaublich neuer rekord ne ist das nicht dein ernst ja genau platz 12 ach komm das gibt es nicht wie scheiße kann man denn sein und trotzdem so gut würfeln das deprimiert mich was war denn das gerade für ein gesprächsthema im chat heiße boden ok alle guten dinge sind drei diesmal mache ich den fehler nicht und bleibt direkt am anfang irgendwo stehen ok scheiße man warum springe ich denn auch wie so ein depp ne vier ist in ordnung wurden die bowserfelder jetzt durch die ereignisfelder ersetzt weil ich habe bisher noch kein bowserfeld gesehen aber dafür ein paar ereignisfelder waffenfolge ok das habe ich gerade schon mal gespielt ich lauf gerade einmal hinterher und auf einmal ist eine ganze armee hinter mir ich kenne mich gar nicht mehr aus man das habe ich wieder den blöden dik ja danke gut platz 4 war es eigentlich eher unverdient ich hatte ein kill und nur das schild also da war die runde vorher wesentlich besser aber gut solange ich noch gut würfel ist alles in ordnung ok jetzt ist nicht mehr alles in ordnung irgendwann später so wieder eine 4 kann sein dass ich die runde fast nur 4 hatte und das chaos bin ich froh dass man sich da nicht gegenseitig runter boxen kann das wäre anders mies da muss sich wirklich konzentrieren bei den spielen das ist echt crazy aber ich schlage mich glaube ich noch ganz gut nein ich wollte gerade noch springen wow das war es dann wohl mit den vieren und ich schätze mal die runde ist jetzt auch vorbei hallo es kommt sogar noch ein spiel replika war das das wo man was nachbauen musste und warum dann auch so was eklig ist was ist denn die beste herangehensweise in dem spiel könnte ich mir dann den kommentaren ein bisschen aushelfen dann mache ich mir jetzt mal an die augen weil sonst kenne ich mich gar nicht mehr aus vielleicht wäre es sinnvoll gewesen die augen am anfang zu machen um so einen kleinen orientierungspunkt zu haben und ich habe gerade übertrieben gespuckt ach man ich war kurz davor das ding fertig zu bauen so ungefähr dann kommt hier der bart hin man lass mich doch einmal zu ende bauen okay wenigstens eine fünf ja gut dann schätze ich mal was das eh mit der runde jetzt ja genau und noxy schatz hier sogar gewonnen gut dann würde ich jetzt an der stelle sagen das war's im video ich weiß ich bin absolut scheiße aber darum geht es ja nicht es geht natürlich hauptsächlich um den spaß auch wenn ich jetzt zum ende raus ein bisschen toxik war aber das liegt einfach daran dass ich von mir selbst etwas enttäuscht bin aber nichts desto trotz hoffe ich euch hat das video gefallen und vielleicht sehe ich ja den ein oder anderen im nächsten video also dann haut rein bis zum nächsten mal ciao irgendwie erinnert mich mein skin an oreo kekse